Wir wollen in einem geheimen Schiff aufwarten. Ihr fragt euch wahrscheinlich schon seit Beginn der Show, warum Till der einzige sein darf, der heute im Unterhemd spielt. Wir spielen vor jeder Show mal Knüffeln und einer darf auf der Bühne dann bei jeder Show das Sexsymbol sein. Heute ist es Till. Das ist seit zwei Jahren Till. Das liegt vielleicht daran, weil Till auch die Würfel immer von zu Hause mitbringt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Till hat leider nichts anderes als diese eine Hände. Die Hose gehört Basti und ihr wisst, was das heißt. Sie ist nicht sauber. Sie ist sehr knackig. Eng eingetragen im Team. Jetzt bin ich gespannt, wie du da überleitest. Und weil Till heute diese Sexsymbol darstellt, wie seit jeder Show seit zwei Jahren, das uns alle komplett anpisst, aber das lassen wir natürlich nicht aushängen. Casel Fitzgerald Also seid ihr bereit, dass der nächste Song für Till ist? Seid ihr bereit, dass die nächste Song für Till ist?! Ja! I said we don't need we, don't need anything We really want, we really want. Let me date you right here. In my touch Pocket. Don't you lie with me. Let me just get the work for me. If we need to open, for sure we get to know. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Alles? Und ähh, das sind die Wahrheit, das sind die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Also, normalerweise singen wir zusammen mit einem Rekippa zusammen an dieser Stelle . Wir probieren mal . Genau! Aber wir besingen natürlich an dieser Stelle mal den Song für den dieser Song eigentlich ist. Also für Til. Wir hatten vorhin schon in meinem Gitarristen, der heißt Rodríguez. Jetzt wisst ihr, warum wir ihn rausgeworfen haben. Also, alle! Dann gibt ihr eine Art Reade... Ey, was ist sexy... sexy... Jetzt tut das ihr, ja weißt du... Das war meine Tilgein, Mama. Ja, weißt du was? Ganz groß geohrt hat für mich Tilge so. Und das war so großartig. Das schönste Ferienerlebnis. Wenn ich nicht auswürdig gesagt habe, und wir Tilgein, 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 Tilgein. Das war meine Tilgein, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020